Willkommen in diesem Gangsterbus Ford Transit Custom Sport 290 Kastenwagen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Sportlich dynamisch kommt er daher mit speziellen Front- und Heckschürze, Seitenschwellern und GT-Streifen. Beeindruckend auch die Schweller und Radverbreiterungen. Es handelt sich um einen Kastenwagen 290 K mit der 114 KW DDCI-Maschine. Im Ladenraum gibt es Seitenverkleidung und einen Vinylboden. Der Sport steht auf stattlichen 18 Zoll Leichtmetallfelgen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Vorne ist Platz für drei Personen. Auf dem beheizten sitzen mit Lederstoffbezug. Mittels Rückfahrkamera und Parkpilot vorne und hinten können Sie problemlos einparken. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und zwei Airbag parat. Ebenso ein Müdigkeitswarner und der Fahrspurassistent. Die Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Der Motor dieses Custom ist Chargerware Euro 5. Und als LKW ist die Steuer günstig. Mit diesem super ausgestatteten Kastenwagen werden Sie viel Spaß haben. Hier gibt es praktischen LKW und allen erdenklichen Luxus zusammen. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie.